Mit welchen Einstellungen in Blender 4.3 kannst du das Arbeiten so angenehm wie möglich konfigurieren und sogar optimieren? Genau darum geht es heute in der zweiten Folge von Blender in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir dieses Video gefallen sollte, lass gerne jetzt einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und stelle im Laufe des Videos deine Fragen und dein Feedback gerne in den Kommentaren. Vielen Dank dafür und schon geht's los. Für diese Serie habe ich die Version 4.3.2 frisch installiert, genau wie du vielleicht auch im letzten Video. Wir kriegen am Anfang hier diesen kleinen Splash-Screen zu sehen, mit eben dem Artwork zur aktuellen Blender-Version. Und wenn du bereits Blender vorher auf deinem Rechner hattest, hast du hier unten einen Button, der dir erlaubt, aus Blender 4.2 oder anderen Versionen die Präferenzen zu importieren. Wenn du aber neu in Blender bist, wirst du nur den Bereich hier unten erstmal haben. Da kannst du die Sprache umstellen und du siehst, du hast eine ganz große Auswahl, Deutsch ist da auch dabei. Aber ich bleibe für diese Serie bewusst im Englischen, aber keine Sorge, ich erkläre alles auf Deutsch. Denn mir geht es darum, dir auch nicht nur zu zeigen, wie es auf Deutsch eben funktioniert, sondern dass du auch in Englisch die passenden Begriffe findest, weil es im Englischen weitaus mehr Ressourcen gibt. Oben drauf das Farbstimmer von Blender, du kannst es natürlich in hell umstellen oder eben in dunkel. Nehme ich hier in dem Falle. Und unten drunter das Key-Mapping, Tastenbelegung. Dann ist interessant, wie willst du Sachen in Blender auswählen im Allgemeinen? Mit der linken oder mit der rechten Maustaste? Das kannst du hier auswählen. Ich nehme hier klassisch links. Und dann haben wir noch hier unten die Spacebar-Action. Die ist grundlegend auf Play. Wir hätten auch ein Tool-Fenster oder eben die Suchleiste. Wenn du am Anfang nicht weißt, was im Blender wo ist, empfehle ich dir die Suchleiste. Später wiederum empfiehlt sich Play. Aber wir nehmen auch hier die Search-Funktion und wir machen hier Speichern der neuen Präferenzen. Jetzt kriegen wir den Splash-Screen, wie er immer kommt, wenn wir beim zweiten, dritten und vierten Mal Blender starten. Denn wir haben jetzt hier eben die Möglichkeiten, neue Arten von Projekten anzulegen. Und wir werden im Laufe der Serie alle mal hiervon durchgehen. Wir haben hier drüben verschiedene Guides und Infos und natürlich auch die Möglichkeit, letzte Projekte zu öffnen oder allgemein Projekte zu öffnen. Damit du in Blender alles problemlos anklicken kannst, brauchst du erstmal ein neues Projekt. Und du hast zwei Wege, hier eins anzulegen. Der erste Weg ist, hier im Splash-Screen einfach die Projektart anklicken und schon hast du ein neues Projekt davon. Der zweite Weg ist, einfach in den Hintergrund klicken, der Bildschirm verschwindet und du hast ein neues allgemeines Blender-Projekt automatisch. Wenn du den Splash-Screen wieder öffnen möchtest, kannst du oben in der schwarzen Leiste auf das weiße Blender-Logo klicken und hier einfach Splash-Screen auswählen. Schauen wir uns jetzt an, wo wir diverse Einstellungen finden. Es gibt auch schon in diesem Fenster hier welche, aber die zeige ich dir gleich, um das Ganze ein bisschen besser fürs Video lesen können. Zuerst gehen wir in der Menüliste ganz oben links hier auf Edit und dann haben wir unten Preferences, was eben im deutschen Preferenzen wäre. Und dann kriegen wir dieses Fenster hier mit verschiedenen Bereichen und Einstellungen. Gerade für dieses Video und für die Livestreams erhöhe ich immer ein bisschen die Größe aller Texte. Und dafür werde ich hier oben unter Display Resolution Scale den Wert von 1,0 auf 1,1 setzen oder auch vielleicht sogar fürs Video 1,2 eher. Und ihr merkt, alles außen drumherum und auch die Texte hier innen werden besser lesbar. Das dürftet ihr jetzt dir im Video auch eine bessere Übersicht geben und das Ganze besser nachvollziehen können. Zum Ändern der Sprache haben wir weiter unten den Abschnitt Language mit einem Dropdown. Such die Sprache aus, die du möchtest und du kannst hier jederzeit von Deutsch auf Englisch oder andere Sprachen umstellen. Wenn du ein Freund von schneller Menü Navigation bist, solltest du unter dem Abschnitt Menüs hier unten den Haken Open on Mouse Over aktivieren. Denn jetzt hast du das Menü Öffnen bereits mit einem Hovern gelöst. Nehmen wir die ganze Reihe oben links in der Ecke. Wenn wir jetzt hier drüber hauern, seht ihr automatisch, dass die Sachen hier aufgehen und das ohne draufklicken zu müssen. Und wenn wir jetzt hier die Zeit reduzieren von 0,5 Sekunden auf zum Beispiel 0,2 haben wir 200 Millisekunden für die obere Reihe, also jetzt mal Dinge für File. Und unten drunter Sublevel sagt 200 Millisekunden für Open Recent oder eben die untergeordneten Einträge in diesem Menü. Und das komplett ohne einen einzigen Klick machen zu müssen. Ein noch wichtigerer Bereich, der etwas technischer Natur ist, ist hier im Bereich Editors die Statusleiste hier unten. Denn hier haben wir Szenen Statistiken, die Szenendauer, den Speicherverbrauch und den Grafikkartenspeicherverbrauch. Und zwar insgesamt. Wenn wir jetzt mal unten rechts in Blender hier schauen, finden wir verschiedene Informationen, die jetzt hier aufgeploppt sind. Und diese sechs Haken, die wir gerade hier hatten, können wir auch hier per Rechtsklick nochmal aktivieren und deaktivieren. Jetzt haben wir Infos über unsere Szene hier unten. Das sind die ersten fünf, sechs Infos bis zu Objekten. Die Duration ist der Timestamp der Animation Timeline hier. Denn wenn wir hier reinklicken und den Marker verschieben, siehst du unten rechts, wie eben der Frame sich ändert. Dann haben wir einmal den Memory, eben den Arbeitsspeicherverbrauch für unser Projekt. Und VRAM, das ist der Arbeitsspeicher der Grafikkarte insgesamt. Nicht nur von Blender, auch vom Aufnehmen gerade und allen Programmen, die im Hintergrund bei mir laufen. Wenn du in der 3D-Welt am Arbeiten bist im Hintergrund, willst du auch alles richtig lesen und interpretieren können. Deswegen gibt es hier den Reiter Viewport. Und hier unten haben wir bei Display, die Size, den letzten Wert, den wir auf maximal bis zu 200 Pixel setzen können. Das vergrößert hier oben rechts dieses Gizmo, was uns die Richtungen der Achsen anzeigt. Dass wir immer verstehen, wo schauen wir gerade hin. Aus der Kamera hier heraus, wo ist Y, wo ist X, wo ist Z. Um dir einen weiteren Klick zu sparen, geh in den Reiter Editing hinein und aktiviere den Haken Enter Edit Mode. Das sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn du im Hintergrund hier in diese 3D-Szene ein neues Objekt einfügst, du automatisch in den Bearbeitungsmodus für dieses Objekt gehst. So kannst du eben Daten, Punkte, Kanten, Flächen und vieles mehr direkt bearbeiten, ohne manuell in diesen Modus wechseln zu müssen. Solltest du eine Schwäche haben in Sachen Farbwahrnehmung oder dir gefallen einfach die Blenderfarben grundlegend nicht, kannst du im Abschnitt Themes hier die Farbschemas anpassen. So kannst du hier oben ein neues anlegen und dann hier auch unter jedem einzelnen Bereich die Farben angucken. Zum Beispiel im Hintergrund im 3D-Viewport. Da haben wir eben Descripts hier auf dem Boden, diese Rasterlinien. Und wenn die stärker sein sollen, machst du eben hier die Farbe heller oder dunkler. Oder eine andere Farbe am Allgemeinen. Das kannst du umstellen, wie du möchtest, bis du selbst zufrieden bist und alles genau richtig siehst. Im Reiter Input können wir auch Blender-fähig für Laptops und Tablets machen. Denn manche von euch haben vielleicht gar keinen Nummernblock auf der Tastatur. Das ist natürlich schade, aber es gibt hier oben den Haken Emulate Numpad. Dann wird die Zahlenreihe eben unter den F1 bis F12 Tasten mit den Nummernblock-Funktionen ebenfalls ausgestattet. In Blender gibt es auf dem Mausrad ebenfalls mehrere Funktionen. Und eine davon ist, im 3D-Viewport einfach reinzudrücken ins Mausrad und dann die Maus zu bewegen. Nun, wenn du keine mittlere Maustaste hast, dann hast du die Möglichkeit hier Emulate-Free-Button-Maus zu aktivieren. Denn jetzt kannst du mit Alt und der linken Maustaste gedrückt dich ebenfalls hier in der 3D-Welt problemlos rotieren. Zur Navigation gehört auch die Frage, um was wollen wir uns rotieren? Hier oben gibt es den Haken Orbit Around Selection. Wenn wir das deaktiviert haben und wir dieses Licht auswählen, dann dreht sich die Kamera immer so, dass wir uns um den Mittelpunkt unserer Sicht rotieren. Wenn wir aber jetzt den Haken Orbit Around Selection aktivieren, dann bleibt das ausgewählte Objekt im Verhältnis immer in der gleichen Bild- oder Viewport-Position. Und wir können uns jetzt genau da herumdrehen, wie wir möchten. Ebenfalls ist die Frage, wie zoomen wir rein oder raus? Grundlegend mit dem Mausrad nach unten oder nach oben scrollen. Doch wenn wir jetzt hier den Haken Zoom to Mouse Position aktivieren, dann zoomen wir immer dorthin, wo der Maus-Cursor ist oder auch von dort aus wieder raus. Eine Sache, die man in jeder Anwendung haben möchte, Tastenbelegungen und Tastatur-Layout. Hier oben haben wir wie im Startbildschirm gesehen Blender 2.7 und auch industriekompatibel. Wir können eigene Layouts hinzufügen oder löschen, importieren oder exportieren und hier auch ganz allgemeine Einstellungen treffen. Da haben wir auch schon ein paar vorhin im Splash-Screen kennengelernt. Eben die Auswahl mit der Maus-Taste links oder rechts oder die letztersten Aktionen, Play, Tools oder Search können wir auch hier jederzeit umstellen. Und neben den allgemeinen Sachen hier oben, haben wir bei der 3D-View hier unten auch diese drei Haken, die wir aktivieren könnten. Nämlich Tab for Pi Menu, Pi Menu on Drag sowie Extra Shading Pi Menu Items. Was bringt das Ganze? Wenn du im Hintergrund mal den Würfel anklickst, hast du hier oben links dieses Dropdown zum Beispiel Object Mode. Und hier haben wir sechs Mode, die wir auswählen können. Normalerweise wechselst du mit Tab zwischen dem Object und Edit Mode. Aber wenn du jetzt das Tab gedrückt hältst und du die Maus bewegst, hast du hier ein Kuchenmenü, wo du einfach nur drüber hauern musst, was du haben möchtest. Zum Beispiel hier eben Edit Mode. Und du lässt Tab wieder los und du bist direkt in diesem Modus. So kannst du mal eben mit kleiner Mausbewegung und kurzen Navigationswegen in die passenden Modi wechseln. Obendrauf auch noch Tastaturbelegung. Ich kann dir nicht empfehlen, Tasten zu ändern, aber damit du das Ganze mal siehst. Hier unten haben wir zum Beispiel den Bereich Window. Den können wir aufklappen. Hier sind alle Funktionen für das Window. Von Dateien anlegen, speichern etc. pp. In der 3D View haben wir hier zum Beispiel Mesh. Mesh Global. Und hier haben wir alle Funktionen rund um ein Mesh. Nur die Basistasten, die wir nutzen können, es sind nicht gerade wenige. Deswegen auf Dauer einfach Tastenkombinationen einprägen und nutzen. Im Abschnittssystem finden wir allgemeine Einstellungen wie unter anderem die Rendergeräte, die wir im Cycles Renderer nutzen können. Und dann auch, ob wir Cuda, Optics, HIP oder OneAPI nutzen wollen. Entsprechend der Modi können wir auch hier unsere Geräte auswählen, die eben dafür genutzt werden können und sollen. Und wir haben auch weiter unten allgemeine Einstellungen wie zum Beispiel eben die Anzahl der Undo-Steps. Beim Reihenklicken und nach rechts ziehen merken wir, wir können bis zu 256 Arbeitsschritte uns im Arbeitsspeicher merken und die auch wieder vorwärts und rückwärts wiederholen. Projekte speichern und laden hat auch hier seinen eigenen Abschnitt und hier können wir einstellen unter anderem, wie viele der zuletzt geöffneten Projektdateien sich Blender merken soll. Standardmäßig immer 20, das können wir erweitern bis auf die letzten 30 Projekte, die wir geöffnet hatten. Automatisches Speichern, die einen mögen es, die andere nicht. Du kannst es deaktivieren oder aktiviert lassen und einen Timer hier oben einstellen, alle wie viele Minuten Blender automatisch speichern soll. Machen wir mal hier zum Beispiel jede Minute einen Speicherpunkt. Das letzte große Thema in Blender sind Addons und Erweiterungen. Und da hat sich im Vergleich zu früher eine Sache geändert. Addons sind bereits mitverfügbare Pakete, die auch in Blender integriert schon sind. Und die können wir bei Bedarf aktivieren und deaktivieren. Die sind also immer fest. Aber User erstellte Inhalte heißen jetzt Extensions. Und um diese erhalten zu können, müssen wir Online-Zugang erlauben. Wenn wir das hier drücken, dann wird hier unten im Bereich System der Haken Allow Online Access gesetzt. Und ab dem Zeitpunkt hier kriegen wir diese Liste Available und die können wir aufklappen. Da finden wir jetzt alle User erstellten Erweiterungen für Blender. Und wenn wir jetzt mal hier oben nach Dingen suchen, wie zum Beispiel hier, nehmen wir mal Loop Tools. Dann haben wir hier oben dieses Plugin. Und wenn wir es haben wollen, hier von Extensionsblender.org, können wir es hier oben rechts über den Button installieren und so in Blender integrieren. Und damit runden wir dann auch die heutige Folge ab. Das waren jetzt mehr als 10 Minuten, aber du hast die wichtigsten Einstellungen zum Anpassen deiner Arbeitsweisen mit Blender kennengelernt. Welche davon mochtest du besonders? Und vor allem, welche wirst du für dich persönlich nutzen? Bist du am Laptop oder eher am PC? Hast du ein Lampet oder hast du keins? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten lass gerne einen Like, damit es dir geholfen hat. Abonniere, wenn du mehr sehen möchtest. Und ich freue mich über jede Frage und jedes Feedback in den Kommentaren. Jede Interaktion hilft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.